ich bringe mal die geschenke in sicherheit das kam nämlich die geschenke an für die kinder und drüben in unserer wohnung sind die nicht so sicher also bringe ich sie hier rüber zum einpacken auch hier packen wir ein geschenkpapier und natürlich wieder mit dabei stifte so schön buntstifte sind so toll warum denn ein tipptoy buch das versteht ja gar nicht da muss ich ja den stift auch irgendwo wieder bei haben denn der stift ist ja kaputt schleich bei jala war doch mal das ist wieder was verloren geht der quatsch brem doch nie zusammen der ganze kleinkram hier der titel aber die kriegt man mit ab gut löslicher aufgeber rainbow dashi ich weiß ja wie näher ist für lumi nachtlicht rainbow dash was ist das ein anspitzer noch ein bayer also ich weiß nicht findet sich doch hässlich aus aber die kinder stehen auf sowas das sieht doch nie so aus das display ein klinisches empfindet so eine atmosphäre schaffen wie das und das ist alles so krank ich kann ja immer noch mal hin nein nein wo ist es soll nicht sein eislagen maffinladen maffin shop und stifte für die kleinste mache ich die dicke dinger hat hat die rum hat Ja? War ja auch noch CD Um Himmels Willen und Plastikmüll hat Playmobil Prinzessinnen-Set. Mit Badewanne und allem schnick ich natürlich in der Badewanne zum Schönheitssalon für Prinzessinnen. Und die Rechnung ist natürlich ganz wichtig für mich, damit ich sehe, was ich heute verdienen muss. Das ist ja egal, wenn die Lieferung kommt, muss ich Geld verdienen. So einfach sieht das aus. Das ist ja egal, wenn die Lieferung kommt. 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 Das ist ja egal, wenn die Lieferung kommt.